Wenn Sie im Frühling oder Sommer mal in Baden sind, dann besuchen Sie doch mal die Lage Winklerberg. Hier in den Weinbergsterrassen kommen Sie sich vor wie in Südeuropa, denn das sind die wärmsten Lagen in Deutschland. Durch die vulkanischen Böden erhalten die Weine einen eigenen Charakter. Gerade dem Spätburgunder kommt das sehr zugute, wie man diesem großen Gewächs von Joachim Heger deutlich anmerkt. Jahr für Jahr einer der besten Spätburgunder Deutschlands.